Hello und wunderschöne Weihnachten aus Borneo. Ich dachte mir, ich mache ein kleines Live-Update-Video aus Borneo, aus dem Regenwald, wie man hier so schön sieht. Also ich bin echt mittendrin. Deswegen, also das Video ist ein, zwei Tage vorgedreht. Und ich weiß auch nicht, wie ich die nächsten Tage tatsächlich Internet haben werde. Ich werde auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, die Zeit einfach jetzt zwischen Weihnachten und Silvester und vielleicht ein bisschen drüber hinaus zu genießen und nicht so viel online zu sein. Und tatsächlich werde ich wahrscheinlich auch nicht viel Internet haben. Deswegen wünsche ich euch ein paar schöne Weihnachtsgröße jetzt direkt live aus Borneo. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten, mit Leuten, die euch wichtig sind. Denkt immer dran, die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge, sondern Momente, Erinnerungen. Und genießt einfach den Moment im Leben. Natürlich habe ich ein bisschen vorproduziert. Das heißt, es kommen trotzdem weiterhin nochmal Videos über Thailand. Ich habe aber auch noch was von Bali und so. Das kommt jetzt natürlich alles nach und nach online. Und ich werde natürlich auch hier bei dieser wunderschönen Landschaft euch mitnehmen. Aber es kommt dann alles erst so im Nachgang so ein bisschen. Ich schaue mal, wie ich das Ganze hinkriege, weil ich einfach wieder viel unterwegs sein werde, viele neue Sachen sehe. Ich lache mir jetzt einfach, ich melde mich nochmal ganz live aus Borneo und gebe euch ein kurzes Statusupdate. Ich habe auch schon meinen ersten Blutegel gehabt gestern Abend bei der Nachtwanderung, irgendwo so am Finger. Es ist auf jeden Fall spannend, richtig, richtig schön bisher. Ich bin jetzt auch erst ein paar, ein, zwei Tage hier. Ja, genießt die Weihnachtsfeiertage, genießt die Weihnachtszeit. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.